Dann haben wir hier noch ein strahlendes Sterne-Pack. Nicht viel Neues. Hier allerdings Befehl vom Boss, das brauchte ich endlich! Ich habe Befehl vom Boss nur in den alten Varianten, die ich im Standard-Deck nicht spielen kann. Und ich brauche die Karte. Die Karte ist ja so mächtig, dass sie eigentlich jeder benutzt. Das ist eine der wichtigsten Karten. Das ist mal wie so eine Falle, mit der man den Gegner nochmal aus dem Konzept bringen kann. Jetzt endlich habe ich den Befehl vom Boss, der kommt auch sofort ins Deck. Dann auch noch in der Holo-Variante. Tausche ein Pokémon auf der Bank deines Gegners gegen sein aktives Pokémon aus. Eine der wichtigsten Karten überhaupt, sofern ich das beurteilen kann. Endlich habe ich sie. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen alten Versionen von dieser Karte her hatte. Dann haben wir noch fließender Angriff. Wulausu. Viele Vokale. V-Pokémon. 220 Kp. Fließender Angriff. Wolu behaken. 30 Kp. Du kannst das Pokémon gegen einen Pokémon auf deiner Bank austauschen. Und 100 heftige Schläge. 150 Kp. Topfhelm. Silm-Volara. 110 Kp. Vogelgleich Pokémon. Das fand ich mal komisch, das Pokémon. Dreifache Aufladung. Wirf drei Münzen. Lege bis zu so viele Basis-Energie-Karten, wie du Kopf geworfen hast, aus deinem Ablagestapel beliebig an die Pokémon auf deiner Bank an. Psychokinese. 10+. Diese Attacke fügt für jede anders aktive Pokémon deines Gegners angelegte Energie 30 Schadenspunkte mehr zu. Es fliegt mithilfe seiner Psychokräfte. Einige sagen, es war einst der Wächter einer Stadt aus uralten Zeiten. Andere sagen, es war sein Bote. Lolas Vorahnung. Unterstützer. Dein Gegner zeigt dir seine Handkarten und du ziehst eine Karte für jede Trainerkarte, die du dort findest. Riolu. Bumi. Sterndu. Laukapps. Pipi. Und Baseinergie. Der Befehl vom Boss ist Gold wert. Deswegen vielen Dank. Ciao. Bis zum nächsten Mal.